Hallo ihr Bastelnerds, willkommen im kreativ gehägete Hasenschmiede. Ich bin Manu und weiß wie der Hase läuft, er hoppelt. Leute, was soll ich sagen, ich breche ab. Mittlerweile sind doch meine Mediapräsenzen schon dreistellig. Auf YouTube habe ich jetzt mittlerweile schon über 100 Abonnenten und auf Instagram sind es mittlerweile sogar schon über 200 Abos. Ja, dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch allen danken. Danke, 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 danke und ein kleines Gewinnspiel machen. Für das Gewinnspiel müsst ihr allerdings leider Gottes 18 Jahre alt sein. Ihr solltet meine Kanäle abonnieren, den Beitrag hier ein Däumchen hoch geben, ins Kommentarfeld reinschreiben, welches euer Lieblingsset ist und warum. Und das Gewinnspiel endet am 15. November. Zu gewinnen gibt es, Trommelwirbel, einen Gutschein. Und zwar über 15 Euro für Kreativdepot. Ja, das war's schon und dann wünsche ich euch jetzt allen viel Glück und dann nochmal ganz, ganz lieben, vielen lieben, lieben, lieben Dank. Bis bald. Ciao. Ciao.